Hey und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute spielen wir mal den Bitcoin Miner Tycoon. Aber bevor das Video beginnt, liked das Video und abonniert meinen Kanal, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Wir sind jetzt auch hier schon im Miner Tycoon und hier haben wir das Tutorial. Ob ich das Tutorial sehen will? Ja, okay. Dann können wir ja hier mal bilden. Okay, jetzt hole ich mir den cheapest Table und platziere den einfach mal hier. Den roten Spot drücken und hier kann ich meine Grafikkarte einsetzen. Und jetzt pauche ich Power hier. Ich habe ein Elektrizitätsding. Wo bekomme ich denn jetzt her? Open Build Menu. Hier haben wir das. Energy. Und jetzt können wir den da hinsetzen. Jetzt sollte das, glaube ich, funktionieren. Und next go to the exchanger in the big building. Big building. Ist der Shop das big building? Ich hoffe doch. Äh, Exchange, ja. Okay. Press E to use exchanger. So funktioniert der, okay. Ich finde, die Animationen hier in dem Spiel sind viel cooler. Oder generell das ganze Setting. Hier haben wir so ein Telefon. Äh, ja, ja, danke mit dem Tutorial. Hier haben wir so ein Telefon. Das ist cooler als bei dem Bitcoin Mining Simulator. Aber von Roblox Victor zum Beispiel habe ich gehört, dass der eigentlich ein bisschen schlechter sein soll. Also nicht ganz so gut. Exchange mir mal. The change rate. Äh, wie type rate. Äh, change rate. Higher rate will least type rate above four clicking button. Yes. Äh, ich muss einfach auf Exchange drücken. Ach so, dann kann ich die rate changen. Oh, ich verstehe. Ich verstehe. Okay. Ja, also ich habe gehört, dass der nicht so cool sein soll. Und der Bitcoin Mining Tycoon ein bisschen cooler sein soll. Weil dieses Energiekonzept anscheinend nicht so nice ist. Hier haben wir auch ein Leaderboard, wo unser Cash steht. Oh, es ist groß. Kann es ein bisschen kleiner sein, bitte? 92 Cash habe ich gerade und 0,004 Bitcoin. Kann ich mir irgendwas kaufen? Wie, wie funktioniert das? Äh, wo kann ich mir eine Grafikkarte kaufen? Im Shop glaube ich auch wieder. Okay, es gibt einen Premium-GPU-Shop und, äh, GPU-Shop. Und 40, 85, die kaufe ich mir mal. Dann gehen wir wieder raus und stellen die einfach mal auf. Äh, puh, das ist so viel verwirrender. Der Dodgecam Mining Tycoon war irgendwie ein bisschen einfacher zu handeln. Aber wir fahren jetzt schon um einiges schneller Bitcoins. Hier sehen wir es. Jetzt haben wir schon fast ein... Wir haben schon über ein Hunderten von Bitcoin. Oh, Exchange. Good Cash. Wir haben Good Cash gemacht. Easy. Aber jetzt warten wir mal ein bisschen, bis es noch... Keine Ahnung. Irgendwas passiert, bis wir mehr haben. Inventory. Hier habe ich ja gerade überhaupt nichts drin. Energy. Overclock. Wie ist es? Mining Consumption. Der Overclock, so. Äh, just working. Ich weiß nicht. Ähm, passt das so? Keine Ahnung. Also, oh, ich fahre mir jetzt um einiges schneller. Wow, oder? Ich glaube schon. Also, jetzt mit dem Overclock hat was gebracht. Also, Energy hier runter, weil ich wenige habe. Will boost production for 25 minutes. Increasing energy consumption. Okay. Mining efficiency 150%. Energy production, energy consumption. Okay, ich habe noch viel genug Energy. Jetzt habe ich mehr Cash. Und kann mir auch eine bessere Grafikkarte kaufen. Hoffentlich. 160. Hier. Noch mehr Bitcoin. Und wir sind Level 2. Yeah. Nice. Warum habe ich eigentlich so einen Noob-Skin? Kann ich nicht eigentlich meinen normalen Skin haben? Ich bin doch viel schöner als das. Ich brauche noch einen neuen Table. Ich habe nicht das Geld dazu. Dann würde ich sagen, ähm, change die Karte erstmal. Und jetzt bekommen wir um einiges mehr Cash, oder? Gib mir Cash. 366. 412. Das geht besser. Das geht besser. Saving your data. Don't leave the game. Wäre ich nicht. Wäre ich nicht. Ihr habt mich. Ihr habt mich. 0,08. 0,105. Da, hier. Was ist denn die teuerste Grafikkarte hier? 100k, 500k, 2.000.000, 5.000.000, 12.000.000, 50.000, 275.000.000. Die G-Pros HDX 3000. Das ist China 3080, ziemlich ähnlich. Das ist die 2000er-Series, 1000er. Ja, das ist, die haben schon eine Anlehnung auf die alten Grafikkarten. 540 brauche ich dafür. Das habe ich bald. Das habe ich bald. Wenn ich jetzt exchange, könnte es sein, dass ich das sogar schon genug habe, oder? Hier ist ja der Kurs 4500, 4522. Oh, es ist ja fast egal. Es ist fast egal, wo ich exchange. Das ist beim Dogecoin schon ein bisschen anders. Dann macht es schon noch einen Unterschied. Weil hier macht es irgendwie überhaupt keinen Unterschied, wann du exchange und wann nicht. Keine Ahnung. Aber wir haben genug Cash für die nächste Grafikkarte. Das ist die Double Fan Card. Yeah. X. Und ich brauche da auch noch einen neuen Tisch. Deshalb exchange mal ein bisschen und kaufen wir einen neuen Tisch hier. Build. Server Shelf. 200 Millionen. Wow. Äh, Table 40. Was ist der? Ja, das kann ich ja vorordnen. Ah, das finde ich nicht so schön. Im Dogecoin in Kalkuna hast du Raster. Ja, aber es ist ein Raster. Hier hast du auch Raster. Sie sind viel... Äh, nee. Was ist denn das? 0,2 Stud oder so? Ich weiß es nicht genau. Keine Ahnung. Ich will nichts Falsches sagen. Aber es ist ein viel zu großes Raster, das ich nicht haben will. Aber was ich gerade sehe, ich kann hier Grafikkarten zu Favoriten hinzufügen. Okay. Autofill. Remove All. Ja, ist auch gut. Remembered Thumbs Up The Game. Nee, danke. Es ist okay, das Spiel. Mir wird es aber nicht so gut. Es ist okay. Allerhöchstens bis jetzt, würde ich sagen. Aber wir haben jetzt gleich wieder genug Cash für die nächste Grafikkarte, die 2.500 kostet. Wow. Bitcoin per second machen wir gerade 0,004. Und hier 0,01. Wow. 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 Das ist viel mehr. Alter, die hat auch... Wow. Warum hast du so eine hohe Consumption, Bro? Ich dachte, das ist... Aber... Aber in echt ist es doch so, dass die immer weniger konsumieren. Die Grafikkarten. Ähm... Okay. Wenn ihr meint. Wenn ihr meint, dass das richtig wäre. Wo sehe ich jetzt überhaupt mehr Consumption? Nochmal Energy. Hier was. Energy Consumption 92% gerade. Dann kaufe ich nochmal zwei von denen, würde ich einfach sagen. Noch eine. Jetzt sollen wir noch ein bisschen besser ausgestattet sein, wenn wir jetzt einfach bei... Puh. Inventory. Hier was. Nee. Nicht so. Äh. Da drauf. Remove all. Und Autofill. Und hier auch noch. Keine Ahnung. Die hier. Wir haben bald einen Bitcoin. Yeah. Wir haben schon 0,27 eines Bitcoins. Es geht auf. Es geht auf. Bei 0,5, wenn wir circa verkaufen, dann... Na, haben wir nicht genug. Wir brauchen 0,6 knapp. Und dann sollten wir genug haben. Für die nächste beste Grafikkarte. Yo, Cheeseman geht aber auch ab. Oder Baxter Detractor. 11,7 Zillionen. Der, der ist gut dabei. Der ist gut dabei, Bro. So gut bin ich nicht dabei bis jetzt. Ich brauche aber auch bald eine neue Energiequelle dann fast. Und hier. Build. Äh. Movement. Speed Modifier. Plant. Energy. Eine neue Electric... Electricity Box. Die brauche ich. Look for more Generators on the map. Kann ich die einfach auf der Map finden? Wie funktioniert das hier irgendwo? Kann ich die hier finden? Gibt es hier auch Quests wie in Dogecoin Mining Tycoon. Hier sehe ich nur einen Train. Und da hinten ist das Leaderboard, glaube ich. Wie viele hat denn der Meister? Das interessiert mich. Was jetzt auch so komplett unrealistische Zahlen sind. SX. QT. 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 QD. Also es ist nicht ganz so viel wie bei Dogecoin Mining Tycoon. Weil da geht es ja schon nach U. Dann nach SX kommt N. Dann kommt D. Klein D. Klein N. Dann irgendwann Groß N. Groß D. U. Ich weiß nicht. Was machst du von mir? Find Golden Fish in Fountain. Click on it. Rewards 3500 Cash plus 500 XP. Dann muss ich den Fountain finden. Da hinten ist der. Also ja, es gibt auch Quests. Aber beim Bitcoin Mining Tycoon weißt du, dass du kein Cash und XP bekommen hast. Sondern, dass du einfach dafür neue Sachen, äh, neue Cooler oder so bekommen hast. Das finde ich auch cooler. Irgendwie. Also der Bitcoin Mining Tycoon war, glaube ich, früher da. Aber das hier finde ich cool. Kann ich dich jetzt nicht einfach anklicken, Bro? Hallo. Hallo. Ich will Fish collecten. E. F. Was muss ich hier machen dazu? Mining Stats. Estimated per second. Change a lot. Ne, danke. Blacklist Algorithm Teleporter. Rechte ich nicht anklicken, bitte? Hallo? Keine Ahnung. Hat es funktioniert? Hat es nicht funktioniert? Saving your data. Don't leave the game. Okay. Ich bleibe noch ein bisschen da. Kein Problem. Aber bekomme ich jetzt mein Geld, bitte? Ich hätte gern Geld. Kannst du mir das geben? Bro? Ja. Oh. Find Diamond in Cave. Diamond Card plus Diamond Generator. Ähm. Wo ist die Cave? Wo ist die Cave? Ist die da hinten? Oh. Ich bin viel zu langsam. Kann ich ja gleich schauen. Aber als erstes schaue ich mal wegen meinem Geld. Ich habe gerade 5,9k. Jetzt habe ich 9,9k. Und äh. Falsche Richtung. Falsche Richtung. Falsche Richtung. Hier. 2,5k. Ich hätte mir fast sie kaufen können. Aber egal. So viel. Wir haben nicht so viel Power. Mh. Build. Ich brauche eine neue Ding. 7600. Das kann ich gleich kaufen. Hier. Exchange. 515. Das ist alles, was ich brauche. Glaube ich. Oder? Ja. 7600 brauche ich. Ich bin in Building Mode. Ja, ja. Weiß ich doch. Ich weiß doch, wann ich im Building Mode bin und wann nicht. Das ist egal, wo ich die hinsetze. Ich weiß es nicht. Egal. Ich habe gerade 1315. Und hier. Perfekt. Hallo. Hallo. Kannst du dich exchangeen, bitte? Remove Card. Und jetzt hier. Perfekt. Jetzt soll ich auch einige schneller farmen. Und bald die ersten Bitcoins farmen. Weil wir sind ja bei 0,28. 0,3. Ja. Geht bald. Cave opens at 21 o'clock. Es ist schon 21 o'clock. Aber ich muss Level 9 sein. Oh. Ich sterbe. At 21 o'clock. Wir haben es 21 o'clock. Ach so. Nein. Da unten. Da muss ich jetzt ein bisschen schnell leveln. Ich glaube, das schaffe ich nicht mehr jetzt gerade. Ich habe jetzt auch nicht wirklich Lust, dann nochmal einen Zyklus abzuwarten. Ganz ehrlich. Muss nicht sein. Komm. Gib mir Cash. Nehme ich gerne. Ein Bitcoin. 4.500 Cash. Also dieser Unterschied ist ja wirklich null. Es ist ja wirklich null Unterschied. Keine Ahnung. Was gibt es denn im Premium Shop überhaupt? Können wir mal schauen. 30 Premium Coins. 25 Bitcoin pro Sekunde. What? Oh. Golden Mining Device. Bitcoin per Second. Buh. Das ist mir viel zu schnell. 500? 1000. Ähm. Ich gebe nicht gerne Roblox aus. Minus 100 Premium Coins. Und minus eine Beta Card. Nice. Nice. Liebe ich doch. Ja, nicht Change Rate. Exchange. Warten wir noch, bis wir unsere neue Karte kaufen. Also auf die 10k. Oder kaufen wir jetzt zwei neue? Ich würde tatsächlich sagen, wir kaufen zwei neue. Wir haben schon wieder von der falschen Seite angefangen. Und noch eine neue. Und wir sind Level 6. Nice. So. Dann können wir hier. Remove all. Und so. Wir weg. Jetzt sollten wir um einige schneller formen. Oder nicht? Die Macht 4. Wie geht es um unsere Energie? Energy Consumption. 3,45. Wie not enough energy. Ich bräuchte mehr Energy. Hm. Wenn ich hier gehe und jetzt overklappen. Äh. Geht es so? Wenn ich ein bisschen mehr gehe. Äh. Ich weiß nicht. Ich kann auch ein bisschen höher gehen. Noch ein bisschen höher. Ein bisschen noch. Geht das? Komm. Ja. Ich kann noch ein bisschen. Es geht noch. 1, 2. Und 1, 2, 7. Eins geht noch. Oder? Oder? Ja. Perfekt. Äh. Haben wir noch das Beste rausgeholt, würde ich sagen. Ich glaube, das geht jetzt um einige schneller. 1,5, 0. 1, 2, 4. Ja. Es geht schneller. Glaube ich. Keine Ahnung. Exchanger. Äh. Nicht Change Rate. Ich drücke die ganze Zeit auf Change Rate. Auf was kann ich denn die Change Rate setzen? Kann ich die auf 20.000 oder so setzen? Ich type Rate above before clicking button. Im Minimum ist 4.500. Also ich kann die jetzt einfach so random hier drauf setzen. Oder was? Und damit bekomme ich so viel für ein Bitcoin. Hä? Wie dumm. Hä? Das ist ja mega dumm. Warum ist sowas möglich? Das ist ja mega dumm, dass das möglich ist. Dann komme ich einfach irgendwie 100 Millionen auf einmal. Kann ich... Hä? Komplett random. Warum funktioniert das? Aber wir haben gleich die 10K, Leute. Gleich haben wir die 10K. Wow. Ich bräuchte dann auch mehr Electricity. Ich glaube, ich bräuchte sogar, bevor ich die 10K-Karte hole, mehr Electricity. Dann holen wir die mal ein bisschen mehr Electricity. Bilden eine neue Electricity Box. 900 Watt, 1,8 Kilowatt. Warum soll ich das kaufen, wenn es schlecht ist, ist es das? Ich verstehe nicht ganz. Keine Ahnung. Aber ich denke, die Energie geht komplett. Ja. Die ist komplett across the map. Wie viel machst du da? 1,38. Es hätte wirklich gar nicht mehr so viel gebraucht. Wie viel braucht denn die andere Grafikkarte, die ich mir noch so schön gönnen kann? Ganz kurz mal hier. Einfach ein bisschen Cash gönnen. Und dann schauen wir noch wegen der neuen Grafikkarte, wie viel die mir ziehen würde. 10.000 kostet die. Energy Consumption 480 Watt. Das sind über 1.500 Watt, die ich verbrauchen würde. Das ist sportlich. Das ist sportlich. Da müsste ich Overclocken fast abdähern. Level 19 erreichen. Das ist tatsächlich gar nicht so einfach, wie ich dachte. Da Premium Coins. Wie bekomme ich Premium Coins? Wirklich nur über Robux. Das hat Bitcoin Mining Tech zum Beispiel auch besser gemacht. Aber wie kommst du die einfach über? 2. Card Fan Rotate. Ja, okay. Rotate euch gerne. Build UI Size. Small. Das ist aber schön, dass die perform... Wahnsinn ist solche Buttons. Warum... Wann sehen die Buttons so aus? Ah. Turbo Placement. Lead Mode. Grid Snap. Also es gäbe sogar ein Grid Snap anscheinend. Wird mir aber jetzt nichts mehr bringen. Ich kaufe jetzt noch diese 10k Karte. Ja. Und man levelt so langsam in diesem Spiel. Level doch schneller, Bro. Oh, egal. Ich will jetzt diese Karte mit dieser hier austauschen. Remove Card. Und setze sie ein. Jetzt sollte ich wenig Energie haben, oder? Energy Consumption Ding. Wenn ich jetzt so... Not enough Energy dafür. Ah, dafür habe ich genug Energy. Hier aber auch, oder? Sehe ich ja? Hier aber? Oh, wird knapp. Wird knapp. Okay. Aber wie sieht es aus? Wie schnell meinen wir? 1,4? 1,5? 1,56? Okay, wir meinen 0,05 Bitcoins in der Sekunde. Aber ich würde sagen, Leute, das war es mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Liked das Video und abonniert meinen Kanal, wenn ich weitere solche Videos machen soll. Ich kann ja vielleicht noch eine zweite Folge von diesem Spiel machen. Ich weiß nicht. Es gefällt mir wirklich nicht ganz so gut wie den Deutschkorn Mining Tagoon. Aber es ist ganz okay. Aber jedenfalls, das war es. Und ciao.